Hallo und herzlich willkommen zurück! So, ähm, wir machen jetzt da diese Abfang-Mission, die ich da markiert hab schon. Ähm... Okay, hier ist einfach noch ein Truck. Finn! So, hier gibt es nichts zu looten. Hier gibt es was zu looten. So. Ne. Und hier gibt es was zu looten. Gut, äh, jetzt klau ich hier mal eben den Truck. Dann rutschst du direkt durch. Und rast mal eben. Ach toll, jetzt ist hier so ein See, die ich nicht wirklich abkürzen kann. Dann scheint, was der Soldat, der da gerade vorsichtig denkt, wenn er da vorbeikommt. Ich glaube, ich hab was zum Augenwinkel. Da. Nee, hier komme ich nicht hoch. Ja. Ich muss grad sagen, irgendwo hier muss ich hochkommen. Oh, hoch hier die Äußer. Wer da piepe schon. Hi. Wo bin ich neu? Ich hab die ganze Kacke hier gemacht. Hey, äh, eh. Oha. Da unten, ey. Okay. Eine Sonderlieferung? Nur für mich? Wie nett. Ja, war klar, dass ich sterb. Äh, ich bin gerutscht. Hab noch ein bisschen Schaden gekriegt, damit ich gefallen konnte. Ich hab eigentlich auch auf Lertaste gedrückt, aber hat irgendwie nicht geklappt. Okay. Ah, jetzt muss ich... Jo, ich muss noch weiter hoch. Irgendwo hier... Ne, ich bin... Ich bin am falschen Berg am Hochlaufen. Ich bin am falschen Berg am Hochlaufen. So, komme ich hier auch irgendwie hoch? Hm, wahrscheinlich. Da sind wir von der Cyber nach hier unten. Wie praktisch. So... Ne, noch ein Stückchen um diesen Berg rum. Ja. Hier sind die Blumen. Ja. Hier sind die Blumen. Und wo sehe ich grad. Willst du mir was an meiner Karte markieren? Was weißt du? Kannst du bitte für mich mit Elvis Caraballo reden? Er braucht Hilfe. Okay. Ich würde es machen, aber sein... Parfüm ist etwas zu viel Gemüse. Danke sehr. Hm. Äh, Pussy... Okay, hier komme ich runter zu der Seilbahn. Perfekt. Ja, dann komme ich auf die Straße. Ja. Na... den! Kein Problem. Ja, steck doch aus! Pass gut drauf auf, Michito. Das ist meine Karre. Hier hat wieder random... Ist wieder random irgendwas explodiert? Hä, das war grad ganz komisch. Ich hab eigentlich... Ich hab auch viel gedrückt und es ist passiert nix. Der Gang hat bestimmt geklemmt oder so. Hier läuft hier einfach irgendeine... Ah, Drift. Ich hab die Palme voll mitgenommen fast ein Soldado. Geil. Wär nicht so schlimm gewesen. So, gib Stoff. Was ist das denn hier für eine kleine Kackstraße nur noch? Oh, ist das für mich? Die Mutter, da. Allerdings. Hm. Konzentrieren Sie Ihre Energie. Atmen Sie. Ah! Mierda! Mal steigen! Mal steigen! Nein, wir Marshm��! Mal weu! Ja, ausgymnte. Dau. Das... scheint das gewesen zu sein dann Soldados! Kann ich halt looten? Das ist ein riesen Faden. Welcher Verklader stolz auf mich. Kiste an der Küste. Ich glaube hier vorne ist erstmal noch wer. Okay. So. Gibt es hier in diesen Örtchen noch was? Und rennen? Hier ist eine Kiste. Es könnte ein Bootrennen sein. Das habe ich noch nie gemacht glaubst du oder? Wir machen jetzt hier das Bootrennen. Also ich gehe davon aus, dass es ein Bootrennen ist. Zumindest kann man hier auch Boote hinbringen. Nationale Gewässerstoffe. Ja, nun legen wir mal los. Ja klar. So ein Jet-Key macht schon Spaß. Aber das ist nicht gerade die Touri-Runde. Da sind halt Minen, die dir nicht nur die Locken trocken. Oha. Ich glaube das... Ja, ich bin in die Mine gefahren. Ich wusste nicht, dass ich da in die Kurve muss. Und hab gedacht ich muss geradeaus. Upsi. Ja. Neuer Versuch. Auf die Plätze. Ja klar. So ein Jet-Key macht schon Spaß. Aber das ist nicht gerade die Touri-Runde. Da sind überall Minen, die dir nicht nur die Locken trocken pusten. Okay. Ich muss mich jetzt ein bisschen... Konzentrieren. Und fahr natürlich erstmal... Boah, hier sind echt schon viele Minen. Oha. Oha. Das ist schon wie eine Mine. Konzentrieren. Ach du Kacke. Ohaah. 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 Alles klar. Ja, 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 ja. Ich... Butch, butch, butch. Ich knall einfach überall gegen... Ja, danke, danke für... Ach du Kacke. Ich fand die Minen gerade nicht so schlimm. Was sind das hier auch für Kanälchen, ey? Mein Runter. Jet-Skys Steuerung ist top. Jet-Get-On. Sprung. Ach, hier bin ich schon gewesen. Wiii. Da hab ich mir noch gedacht, die sind bestimmt für ein Rennen, die Sprünge. Ach, die Kurve war gut, ey. Fuck, jetzt kommen hier wieder Minen. Äh. Hä? Er hat irgendwie gerade kurz kein Gas gegeben. Äh. Okay. Da wurde ich zurückgesetzt. Bin ich hängen geblieben, ey. So, wo muss ich dann da? Ach, du Kacke. Oh. Ich hör fast die... Oh, jetzt hab... Pack die Knarre weg. Geh nix. Haha. Okay, aber zeitlich ist das gut zu machen gewesen. Wiii. Abgeschlossen. Oh, ich bin abgestiegen. Klopp. Geil. Bin ich hier in einem Leuchtturk... Oh, hier ist ne Kiste. Weil da ist so ein Auge. Ich muss einfach bestimmt mit nem Kletterhaken. Da hinten. Unfassbar. Rokas holt den Sieg. Die Menge tobt, Dani. Genau wie ich. Meld dich, wenn du noch ne Runde willst. Ich kann nicht... Oh, da ist ne böse Wache. Kommt da auf ihrem Pferd angeritten. Und der Jetski steht da. Uh, ha. Krieg ich jetzt ein Knöllchen für mein schlecht gepacktes Jetski. Okay. Okay. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier. Okay. Ähm. Upsi, sorry. Okay. Was machen wir jetzt? Ich würde behaupten... Ja, boah. Schwierig. Also hier in dem Gebiet haben wir jetzt... Ja, eigentlich alles bis auf das hier fertig. Dann machen wir noch die. Und dann haben wir alles fertig. Äh. Was ist das? Boah, wie die hier schon wieder alle aufmocken. Äh, die beiden hat voll rein. Der blöde Medic, äh, so. Springen wir mal hier aufs Pferd. Und... Reiten in die Richtung. Tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö. 1000 Mä-Pei. Alter, wie die mir auch halt einfach... Ist das Pferd jetzt tot? Boah, alle ge... Wegen dir, du hast das Pferd umgebracht, dann bringe ich dich um. Keiner gesehen. Interessiert kein... So nur... Komme ich natürlich... So ein Quad mit 98... Ey. Ich mein, das sind 90 Sachen. Und gerade mit Pferd galoppieren. Ah. Tragischer Verkehrsunfall. Tragischer Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Wuuuuh. Kommt mal wieder bitte ne Betonstraße. Ach. Perfekt. Plopp. Ach. Hier ist die Baustelle. Buii. Oh. Wir haben... Was? Rehe? Ja, oder irgendwie sowas ähnliches. Cool, dass es sowas in Yara gibt. Ja, so ein europäisches Ding, hab ich gedacht. Wie auf so einer... Tropischen Insel. Bin sofort ja wirklich schon da. Bin jetzt schneller als gedacht. Jetzt ein kleines... Sperrgebiet. Ich fahr jetzt einfach mal mit dem... Da ist ein Wasserturm. Auf dem wird das sein. Ja, ja. Ich weiß. Ja, ja. Du bist ein Quad. Du fährst... So. Da oben. Weiß es. Ich hab grad schon gedacht, ich hab die Leiter nicht erwischt. Überreicht die Leiter? Ja. Das sind Kletterhack noch benutzen. Ah. Äh. Ja, ich hatte grad keine andere Wahl. Äh. Der Kletter... Der hing irgendwie darin fest. Ich konnte nicht mehr hoch. Und ich... Schön hab ich das mal eben so gemacht. Auf zum Strand. Okay. Okay. Vorratslieferung ist auf dem Weg. Der Halt im Boot. Auf zum Strand. Und... Ich glaube nicht, dass die Soldados die Vorräte so dring brauchen wie ich. Ja. Ich hab mein Quad hier. Hier wär sonst kein Fahrzeug. Ja. Aber man hätte halt mit nem... Wanging Suit runter... Äh. Ah. Kontrolliertes Ab... Stürzen. Perfekt. Es war doch fast fortschriftsmäßig. Halt die Fresse! Hup der mich einfach an. Ich bin ein friedlicher Bürger, der hier mit seinem Quad fährt. Der hupt mich einfach an. So. Nicht unsere... Unterstützungsum fahren. Umfahren. Umfahren. Verfahren. Und jetzt ballert hier random rum. Ja. Ballert mal mit dem E-Kawai rum. Ich hab jetzt keine Zeit. Bei den Infos, ich hab aber leider keine Zeit. Muss weiter. Ich komm irgendwie auch nicht näher. Schlechtes Verkehrsnetz hier in Yara. Und jetzt, wer kostet denn mal? Gut. Durchs andere Gebiet bin ich gefahren. Halt den nach dem Gelben raus aus. Ja, also. Hm? Na. Na. Man sieht noch nicht. Hm, hm, hm. Ach, Entschuldigung. Muss ich ab. Die sind nicht weiter. In die Richtung fahren. Hm. Komm. Ja, vorne kann ich... Der ist voll reingefahren. Wie? So sollte ich auch. Hier ist jetzt der Weg. Geht jetzt einmal ja voran. Komm ich jetzt nicht sofort an dem Flughaar. Sind irgendwie vorbei. Ah ne, hier ist die Tabakfarm und da ist ein Flugfeld. Gleich. Ist genau im toten Winkel gefahren. Der Lacker. Der... Ich hab jetzt nicht auf den Qualen. Ich hab jetzt grad vor. Man brecht wirklich mit 90... 90 Meilen. Ich weiß nicht wie viel. Ich glaub 60 Meilen sind 100. Hier. Oh, oh. Da war irgendwas, was ich nicht gesehen hab. Egal. Ich bin sofort da. Zeit hält sofort an. Ich soll da ist es. Sag mal eben. Da ist ein Flammenwerfer. Ja. Da sollte jetzt alle anvisiert und alle erledigen. So? Ja. Die Ding ist halt echt. Nützen. Oh, heilige mutter. So machen die Oluvas über mich. Ah, die Oluvas. Schön für die Oluvas. Oluvas können über Kreuz, weil... Wie voll mein Oprero-Dings da, wo es da schon ist. Yay. Auf dem Strand. Aber hier ist kein schöner Strand. Hm. Ähm. Sir, wenn sie sich waschen... Der hat mich beleidigt. Hier sitzt... Hallo Ladies. Hallo. Hast du mich bespuckt? Und... Hier steht auch einfach, wer... Ah, noch ein Angler. Was ist denn hier los? Egal. Ähm. Hier beenden wir erstmal die Folge. Und... In der nächsten Folge machen wir mit der Hauptmission weiter, würde ich sagen. Ja. Also. Bis dahin. Tschau. Tja. 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 Tja.